So, mal gucken, ob jetzt hier die Aufnahme startet. Ja, sie startet, sehr schön. Herzlich willkommen, meine Lieben, zur Empire. Ich bin leicht verwirrt und zwar benutze ich jetzt gerade ein ganz neues Aufnahmeprogramm. Ich versuche jetzt mal mit Broadcaster aufzunehmen. Broadcast, ja, Open Broadcast. O-O-O-O-B-C in den Fachkreisen genannt. Ja, und zwar habe ich mir jetzt ein paar Einstellungen hier gemacht mit diesem Streaming-Programm. Ist ja eigentlich ein Streaming-Programm für Twitch. Ich habe damit auch schon gestreamt, aber ich habe jetzt auch erfahren, dass man damit ganz einfach aufnehmen kann. Man bekommt da ganz kleine Dateien und hat mir jetzt gleichzeitig dann auch noch ein neues Videobearbeitungsprogramm gegönnt. Und ja, ich möchte jetzt einfach mal diese Aufnahme hier versuchen, denn mich hat es echt tierisch genervt, dass ihr immer diese schwarzen Balken am Rand hattet. Das wollte ich euch einfach nicht zumuten. Ich war jetzt letzte Woche, also jetzt am Wochenende, als der Gubbi da war, waren wir auch bei meinem Nachbarn. Und der hatte mir dann auch gezeigt, wie man diese schwarzen Ränder wegbekommt. Allerdings müsstet ihr dann den VCL Media Player oder wie der da heißt, müsstet ihr haben. Und da müsstet ihr dann 16 zu 9 anstellen. Ich wollte euch das einfach nicht zumuten. Ich möchte, dass ihr eine gute Quali habt. Ich möchte selber eine gute Quali haben für meine Videos. Wenn ich da selber Videos sehe, die so einen schwarzen Rand hier an den Seiten hat, dann finde ich das Ganze nicht schön. Deswegen, also es kann sein, dass ich jetzt die ein oder anderen Einstellungen hier noch machen muss, dass das nicht ganz alles so optimal läuft jetzt hier. Ja, mal gucken. Vielleicht seht ihr jetzt hier oben, ich habe die Möglichkeit bei diesem Open Broadcast hier oben was einfliegen zu lassen. Und das habe ich jetzt gemacht, so ein bisschen Werbung für mich. Ja, und mal schauen, wie das wird. Und vor allen Dingen mal schauen, was wir mit dem neuen Programm alles machen können. So, ich zeige euch jetzt einfach mal meine Burg. Ja, die brennen natürlich überall noch, bis auf zwei Burgen. Und das sind in den Welten Wüste und Feuer. Ja, ich hatte wieder dieses coole Angebot mit diesen ganzen Dämonen-Fratzen. Also das sind 400 Fratzen, 400 Assassine. Und jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Dev, ich kann es euch mal zeigen. Was ich richtig nice finde, ich spiele jetzt schon so lange Empire und wusste nie, dass man hier mal auf die Lagerübersicht gucken kann. Und dass man sich hier dann direkt auch Rohstoffe schicken kann. Also das ist echt der Hammer. Wir können hier dann direkt mal schauen, was wir alles drin haben. Ihr seht also Königs Garde Wache und Königs Speer, die waren ja auch mit in dem Paket mit drin, wenn ich 10.000 Rubine kaufe. Deswegen habe ich jetzt 12k, ein bisschen mehr. Und ja, mal gucken, was ich damit mache. Also auf jeden Fall keine Feuer löschen. Also da werden wir jetzt schön durchgehen. Ich bin mittlerweile in der anderen Alli. Ich bin bei Paradise Titans. Eine super nette Alli. Der King Scorpion ist jetzt auch da. Deswegen können wir jetzt unsere Angriffe gegenseitig immer sehen. Gut ist, wenn ich dann unten in der Küche irgendwas zubereite oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass er dann den, also nicht den roten Rahmen, aber auf jeden Fall den Angriff dann sehen kann und mich dann schnell rufen kann. Das ist ganz cool. Diese Allianz, um mal kurz ein bisschen was zu der zu sagen, gehört natürlich auch zu den Titans, zu der Titans Family. Aber diese Allianz steht nicht in dem großen Serverkrieg, der jetzt hier gerade ist. Also die haben zwar auch Kriege und halten sich auch an die Titans Regeln, aber die stehen halt nicht gegen Bad Boys und Crusaders im Krieg. Und ja, mir wäre eigentlich auch egal gewesen, in welche Titans ich gehe. Ich wollte halt einfach nur, dass ich dann zu Titans gehe, wo wirklich dann auch währenddessen ich online bin, beziehungsweise zur europäischen Zeit auch Leute online sind. Das hat auf jeden Fall den Riesenvorteil, dass du, wenn du ein Fest ansetzt, so wie ich das gestern gemacht habe, ich habe gestern sechs Stunden Fest angesetzt, weil mir ja wirklich alle off und alle def geschrottet wurden. Ja, um da wieder zu produzieren, musste ich dann immer, also habe ich dann immer einen Soldaten nur reingesetzt und mir wurde dann direkt geholfen, also dass die dann sich multipliziert haben. Ja, das hat auf jeden Fall den Riesenvorteil. Und zweitens natürlich auch, dass man sich dann viel besser unterstützen kann, wenn mehrere Leute zur selben Zeit online sind. Das war ja hinterher bei United Titans, war das ja gar nicht mehr der Fall, weil die halt, die meisten von denen haben wirklich in einer ganz anderen Timezone leben die, Amerika zum Beispiel, und die sind dann natürlich zu ganz anderen Zeiten online als ich. Und da ich morgens gerne mein Game spiele, ja, ist natürlich besser, wenn ich jetzt hier bin. Da sind einige Leute online, ganz viele nette. Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass ich von Bushido 2 öfter mal Resis bekommen hatte im Feuer. Ja, und die nette Dame ist eine polnische Spielerin. Die ist jetzt auch mit mir in einer Alli und die sitzt direkt oben. Und mein Dorf wurde auch schon angegriffen und da habe ich Death reinbekommen. Also hat mir sehr gut gefallen. Habe schon gute, viele positive Sachen hier. Natürlich habe ich mich bei den United Titans sehr, sehr wohl gefühlt und da bin ich auch mit einem weinenden Auge wirklich gegangen und ich habe gesagt, egal wann die meine Hilfe brauchen, ich bin da. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht irgendwann wieder zurückgehe, weil ich fühle mich da echt wohl. Blöde war halt nur, dass nie einer online war. Die ganzen Action-Sachen, wo mir wirklich Spaß macht, zum Beispiel diese ganzen Massenangriffe starten und ja, dann wirklich auch mitfiebern, wie die Angriffe ausgegangen sind. Das konnte ich halt jetzt alles nicht mehr, weil halt so viele Leute, die in Europa leben, wirklich die Allianz verlassen hatten. Und lieber Hamburg, ich weiß, dass du mein Video guckst. Hiermit grüße ich dich ganz herzlich. Die sind nicht gegangen, weil Leilani in der Alli war. Ja, immer noch traurig. Coucher ist jetzt echt eine Ruine, hat keine APs mehr. Der hat ja wirklich super schnell geschafft, hier innerhalb von sechs Monaten dann auf Level 70 zu kommen. Ja, war sogar noch ein bisschen schneller als ich. Okay, da ist der ein oder andere Rubin dann eingeflossen und ich habe mir dann letztendlich auch wirklich Zeit genommen, dann hinterher auf Level 70 aufzusteigen. Und Coucher war da ein bisschen schneller, aber es ist auf jeden Fall machbar. Man sagt eigentlich, so eine Level-70er-Burg wird innerhalb von, wenn man wirklich täglich spielt, von einem Jahr ungefähr aufgebaut. Aber wir haben es wirklich geschafft, die 70er-Burg so in sechs Monaten aufzubauen. Und ja, das wird uns auf ewig verbinden, mein lieber Coucher, auch wenn du das nicht möchtest. Ja, es kursiert im Moment hier auf dem Server. Ich habe mich jetzt die letzten Tage doch so ein bisschen mit der ganzen Politik hier auseinandergesetzt. Und da ich jetzt auch wieder mit dem Nitromo, der wirklich sehr involviert ist hier, Kontakt habe, hat er mir wieder einiges geschrieben. Eigentlich wollte ich es nicht. Eigentlich wollte ich überhaupt gar nicht mit dem, mit dem ganzen Zeug hier, also mit diesen ganzen, ja, Intrigen, die man dann halt manchmal auch hat, die man oft hat, gerade bei so einem Spiel, wollte ich eigentlich nicht konfrontiert werden. Aber es ist, ähm, es ist so, dass wirklich, also kursiert, dass ich voll die Multi-Account-Spielerin bin. Also diese ganzen Burgen, die hier um mich rum sind, hier zum Beispiel, da steht eine Leilani, Lochis Leilani, da steht eine Leilani, hier stehen die Leilani-Fan-Allianzen. Da wird gesagt, dass das alles meine Burgen sind. Aber das ist so nicht. Also ich spiele wirklich nur diese eine Burg hier, sonst würde ich so viel gar nicht erreichen. Und, ähm, ja, die Leute, die mich halt von YouTube nicht kennen, die wissen das halt nicht. Oder auch die, die mich von YouTube kennen und mich nicht mögen, das ist nun mal einfach so, dass viele mich einfach nicht mögen, ähm, die unterstellen mir dann halt, dass ich, ähm, diese Burgen hier auch spielen würde. Aber hinter jedem dieser Burgen weiß ich ganz genau, beziehungsweise weiß ich meistens, wer dahinter sitzt und da ganz nette Menschen sind. Und, ähm, ja. Ich habe versucht, das aufzuklären, ich habe dann demjenigen auch, ähm, geschrieben, dass, äh, das halt nicht so ist. Zum Beispiel wurde gesagt, dass ich Lucas 1, 2, 3, 7 spielen würde und dass ich damit, ähm, ein Spion wäre, der in Wolfpack ist. Und, ähm, ja, ist halt, ist halt blöd. Ich versuche mich eigentlich die ganze Zeit hier rauszuhalten aus der ganzen Serverpolitik, aber trotzdem wird irgendwie hinter meinem Rücken geredet und ich bin ein Spion und, äh, keine Ahnung. Also, gut. Also, ich bin kein Spion, ich bin kein Multi-Account-Spieler und ich versuche wirklich, ein sauberes Game hier zu spielen. Ähm, ja. Gut. Natürlich nehme ich nicht immer auf. Ich nehme, also, ich, ich habe den ganzen Tag meistens das Game offen und nehme natürlich nicht immer 24-7 auf, ne. Ist klar, ähm, dass hier einige Sachen passieren, äh, Offscreen. Das ist ganz normal, aber ich versuche wirklich, die wichtigsten Dinge mit euch zu teilen und natürlich teile ich jetzt auch meine Feuerchen mit euch und wir wollen einmal kurz in Team Rocket reingehen, in den Berrymore, denn, ähm, da ist mein Lager schon ganz schön ausgebaut. Ich wollte jetzt mal die Zelte versuchen für die Quest, also die fünf Zelte auf, äh, Stufe 3 zu bringen und ihr seht, ich habe momentan 84 Soldaten hier drin und, äh, können einmal kurz auf meine Punkte gucken. Ich bin auf Platz 131 mit 121 Punkten. Das bedeutet für mich, entweder ich gebe jetzt nochmal richtig Gas die letzten zwei Tage, ähm, beziehungsweise ich denke mal, wir werden wirklich definitiv nur noch heute und vielleicht morgen Frühzeit haben, dann werden, äh, die Roten gewinnen, hoffe ich. Ähm, aber da tut ja gar nichts mehr zur Sache, ob die Roten jetzt gewinnen oder nicht. Früher war es ja so, in der, ähm, auf der Seite, wo du warst, diejenigen, die gewonnen haben, da hat man halt dann, ähm, die Deko bekommen und jetzt ist das halt nicht mehr so. Da bekommst du für 200 Punkte bekommst du dann, ich würde schon wieder den stolzes Löwen bekommen, hat mich echt leicht abfuckt, weil den habe ich schon zweimal. Ich hätte wirklich ganz gerne den Bären mal gehabt und vor allen Dingen hätte ich dann ganz auch gerne auch mal die, die, den Harnisch des Bären und den Helm des wilden Bären gehabt, ne? Ähm, im Moment ist, äh, die Queen B immer noch da. Ich kann euch die mal zeigen. Die ist bei Pirate Titans. Die ist auf Platz 1 mit 5861 Punkten und ihr seht ganz klar, die setzt sich super da ab. Der King Scorpion ist mittlerweile auf Platz 5 gerutscht mit 630 Punkten. Der ist zufrieden. Also der wollte jetzt hier, also das spielt für ihn keine Rolle, ob er jetzt auf Platz 5 ist oder, ähm, hier irgendwie auf, äh, keine Ahnung, Platz 2 oder so. Ähm, das spielt keine Rolle für ihn und, ähm, ja, Hauptsache er ist auf jeden Fall, den Tapferkeitspreis, den hat er in jedem Fall und ich denke mal, Top 100 wird auch nicht so weit sein. Wir können mal ganz kurz gucken, wie die Top 100 steht im Moment. Na, weiter, 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 weiter. So, der 100. Platz hat 165 Punkte. Das bedeutet, dass die noch nicht mal in den Top 100 alle die 200 Punkte erreicht haben. Also für mich ist das wirklich gar nicht so weit weg, wenigstens die Top 100 und damit dann halt auch Hanisch des Goldenen Löwen und Helm des Löwen zu bekommen. Hätten wir wieder zwei Ausrüstungsteile, aber ich habe heute Morgen meine ganzen Ausrüstungsteile, ehrlich gesagt, ähm, habe ich verkauft, denn das war die ganze Zeit voll. Ihr seht also, ich habe hier Rochensperr und Amulett des Wasserdrachen, habe ich immer noch nicht eingebaut, weil ich einfach nicht weiß, wohin damit. Der Krummsäbel, der liegt hier auch noch rum. Ähm, ich habe so viele coole Ausrüstungsgegenstände im Moment, dass, ihr seht ja sogar die roten bei mir irgendwie, die werde ich mit Sicherheit noch irgendwo einbauen können. Der ein oder andere fällt her, der kann wirklich mal umgebaut werden, aber ich hatte halt im Moment noch keine Zeit dafür. So, jetzt wollen wir mal der Ali helfen, dann hole ich mal mein schönes Erspartes ab und dann gucke ich mal, was ich für die... Ach nee, warte mal, lass mal erstmal hier eins. Oh, guck mal. Wollt ihr mich verarschen, Leute? Das sind genau die Zelte, die ich immer angreife. Die sollt ihr doch nicht einnehmen, ich brauche die doch. Ja, wollen wir mal gucken hier. Die kann ich auf jeden Fall wieder angreifen. Alle, die ihr seht hier, die ausspioniert sind, aber nicht angegriffen sind, die haben einfach zu viele Truppen drin. Also ich gehe wirklich nur auf Lager, wo keine Truppen drin sind. Ich gucke mal eben, ob hier jetzt Truppen drin sind. Nein, also kann ich den auf jeden Fall angreifen, kriege ich sogar noch ein bisschen Ehre. Also ihr wisst, ne? 8-8, eigentlich könnte ich auch 16-16, aber falls der mal irgendwie dann wieder Soldaten reinkriegt, bin ich wirklich gut dabei, wenn ich die 8-8 nehme. So, meinen guten Feldherrn nehmen wir mal dafür, ist ja egal. Oh, Spionage gescheitert, na super. Bei dem fällt mir das oft schwer, den auszuspionieren. Also das ist wirklich der Einzige, der dann wirklich auch mal scheitert manchmal. Fast 700k Münzen. Ich habe ja gestern ein Fest gehabt, ich war schon fast wieder bei einer Million, aber ja, Fest und so, dann ist das natürlich so, ne? Dass man dann ganz schnell mal... So, jetzt ist es erfolgreich und den können wir auch und da kriegen wir sogar auch noch ein paar Pünktchen und auch da... So, wenn alles gut geht, haben wir dann gleich schon wieder zwei Punkte mehr. So, und das wird Zeit, dass ich dann jetzt wieder Soldaten bekomme, finde ich. So, weil so kann ich nämlich immer nur zwei Pünktchen machen und ich hätte natürlich gerne, dass ich mindestens fünf, sechs Angriffe rausschicken kann, weil das sind dann immer sechs Punkte und das ist ein riesen Sprung, ne? Ich würde ganz gerne einmal gucken hier, was er hier, drin hat, weil ich möchte den ungern in meinen Nachbarn hier... Der wurde schon ein paar Mal jetzt versucht einzunehmen und ich habe den auch schon das ein oder andere Mal freigeschossen, aber manchmal haben die Leute wirklich so viele Truppen drin, dass ich da auch gar nichts machen kann. Jetzt habe ich den falsch losgeschickt, ne? Na, egal. Der kommt schon an. So, schauen wir mal. Spionage erfolgreich. 183. Wie steht denn der? Das kommt natürlich immer darauf an, wie der steht. Ja, der hat nur auf eine Seite, da könnten wir jetzt gut mit den Fernkämpfern reingehen und ihr seht, der hat nur Nahkämpfer. Das heißt, ich bräuchte im Grunde eigentlich nur ein paar Fernkämpfer, um den dann anzugreifen, denn ihr seht, der ist sehr schwach in der Verteidigung gegen Fernkämpfer und ja, dann könnte ich auf jeden Fall da mal eben reinbäschen. Der Feldherr, der ist auch nicht besonders, der hat ja nur, guck mal, der hat die ganzen Nahkämpfer da drin und hat nur plus acht Nahkämpferkampfkraft, also, ach, beziehungsweise der, der Burgvogt. Und ja, geht jetzt, naja, geht jetzt gerade nicht, denn meine Fernkämpfer sind alle unterwegs, aber den könnte ich auf jeden Fall mit den paar Fernkämpfern, die ich jetzt habe, rausschießen. Mal gucken, ob der gleich noch drin ist, das sieht man jetzt leider überhaupt nicht, was der hier drin hat, beziehungsweise, wie lange der seine Fahne noch drin stecken hat und ist natürlich jetzt doof, dass ich jetzt vergessen habe, den mit den Pferdchen loszuschicken, aber gut. Meine Lieben, ich bin, jetzt natürlich extrem darauf aus, dass ich die 200 Punkte noch bekomme oder im besten Falle natürlich beides, aber ich möchte auf jeden Fall eine Sache erreichen, entweder unter den Top 100 kommen oder die 200 Punkte. Dadurch, dass der Gubbi ja hier war und wir wirklich viel auch so, also nicht vor Empire saßen, sondern wir haben uns abgewechselt in LOL und wir haben Minecraft zusammen gespielt auf meinem Account ja und haben dann wirklich wenig gemacht, weil der Gubbi, der zockt zwar auch Empire, aber ja, ich wollte jetzt halt nicht die ganze Zeit vor meinem Empire Account sitzen, wenn ich schon mal ja, die Ehre habe, jemanden aus dem, den ich eigentlich nur aus dem, aus dem virtuellen Leben kenne, dann auch im Real Life kennenzulernen und wir haben uns wirklich super verstanden und der wollte eigentlich auch gestern gar nicht nach Hause fahren, er hat schon gefragt, wann er das nächste Mal wieder kommen kann, ja, war echt eine schöne Zeit, wir verstehen uns wirklich super, auch mit Raccoon, also mit Luan, mit meinem Sohn hat er sich super verstanden und mit meinem Mann und war echt cool, also ich habe schon, ach, guckt mal einer an, der liebe King Scorpion sitzt da drin, der liebe King Scorpion sitzt da drin, okay, dann, den werde ich natürlich nicht angreifen, ne, auch wir werden wahrscheinlich dann das nächste Mal hoffentlich, dann wieder auf derselben Seite und ich kriege gerade einen Angriff rein, wahrscheinlich wieder auf, ähm, ja, Team Rocket, schauen wir mal, dann muss ich nämlich natürlich meine, meine Sachen dann wegschicken, ne, meine, meine restlichen Truppen, weil ich will die ja dann nicht verlieren, jetzt komm doch mal, so, ich hatte ja da, hä? Achso, der kommt, ah, der schickt jetzt seine Truppen, ja, das kannst du gerne machen, mein Lieber, das ist kein Problem, weißt du was, dann schicke ich dir einfach auch nochmal, ach nee, geht ja gar nicht, die 20 Truppen sind ja viel zu wenig, ja, Mist, mindestens mit 32 Soldaten angreifen, ja, ich hoffe, der deft mich jetzt nicht weg, äh, ich finde, bei so einem Event, da brauchst du auch wirklich dann mal nicht wegdeffen, guck mal, er hier, heimlich still und leise packt er sich hier hin in so ein Dorf, ich muss mal kurz eben meine 20 Leute hier, ähm, schicke ich den mal zur Unterstützung hier hin, so, damit die nicht weggebasht werden hier, so, eine Stunde reicht, ich hole die gleich eh wieder zurück in vier Minuten, und dann geht's ja, nee, also ich hoffe wirklich, dass der mich jetzt nicht wegdefft, weil ich finde das total doof, wenn einer, klar, wenn eine Einnahme kommt, natürlich, ne, aber, ähm, also ich würde jetzt nie irgendwie jemanden wegdeffen oder so, weil ich gönn geben dem Punkt hier, und die Feuerchen, die sind so schnell gelöscht, also du hast bis auf so ein paar Rohstoffverluste, die ich jetzt bei ihm da auch raushol, ähm, hast du keine Verluste, also, ne, wenn er mich jetzt nicht wegdefft, heißt das, also ich werde das auf jeden Fall jetzt noch mal schauen, das ist ja nicht mehr lang, werden wir zusammen jetzt gucken, ja, noch 10 Sekunden, ich habe 90 Nahkämpfer mit und 50 fern, weisegeschwindigkeit ein bisschen, äh, Kampfkraft der Angreifer im Innenhof, und juhu, er hat mich nicht weggedefft, sehr nette Sache von ihm, also, wirklich, jetzt holt er sich seine Ehre bei mir zurück, seinen Tapferkeitspunkt, und ja, so ein bisschen Stein, ein bisschen Holz, er wird wahrscheinlich bei mir mehr bekommen, aber, shit, shit happens, so, ähm, den gönnen wir uns, den Punkt, wahr, Herr Nachbar, so, ich gucke mal, also, eine Stunde 22 ist auf jeden Fall jetzt mein Zelt noch da, beziehungsweise, bin ich das am Hochbauen, und, ähm, ja, danach kann ich dann erstmal die Feuerchen löschen, die der nette Herr jetzt hier bei mir macht, und, ja, mal gucken, also jetzt Platz 131, 122 Punkte, Leute, ich werde mich morgen noch mal bei euch melden, und dann werden wir mal schauen, wie weit ich heute gekommen bin, ne, heute steht nichts Großartiges an, außer gleich noch, boom, wuhu, noch eine Minecraft Aufnahme, hoffentlich mit einem guten Aufnahmeprogramm, und, äh, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, wenn ja, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da, wir müssen mal ein bisschen gegen die Disliker angehen, weil ich weiß genau, wer das ist, und, äh, ja, ich weiß, dass ihr super seid, ich hab immer so viele Likes auf meinen Videos, und eure Kommentare und so, voll cool, ja, damit danke ich mich fürs Zusehen, und wir sehen uns beim nächsten Mal, dann eventuell morgen, doch, ganz bestimmt morgen, bis dann, tschüss!